Wir können über die Beschäftigung mit dem Klang unserer Stimme und insbesondere mit den Obertönen unsere Persönlichkeit verändern und werden dadurch merken, dass bestimmte Themen sich verändern, die mit unserer Persönlichkeit im Zusammenhang stehen. Das stimmt. Das ist ähnlich wie mit der Körpertherapie. Wir können durch körperliche Prozesse und Erfahrungen tatsächlich die Persönlichkeit stark beeinflussen. Das lässt sich auch in Verbindung bringen mit dem Bewusstsein. Es ist aber so, dass nicht jeder Mensch jetzt Oberton singen lernen möchte. Das ist ja nur eine sehr spezielle Gesangstechnik, die auch nicht jeden anspricht und wo sich nicht jede gerufen fühlt, will ich mal sagen. Von daher bei der Stimmanalyse, das ist schon eher eine diagnostische Methode, wo ich auch natürlich Ausblicke gebe und Hinweise gebe bei der Auswertung. Aber manche nutzen sie eben nur als so eine Art Einschätzung, als eine Art Feedback von jemandem, der sich jetzt 25 Jahre mit Stimme beschäftigt, wie es denn um die eigene Stimme bestellt ist, um da sich selber einerseits Bestätigung zu holen, andererseits Inspiration für die eigene Transformation. Und manche, die sagen, okay, das ist eine gute Basis, von dort aus möchte ich jetzt gerne ins Stimmcoaching einsteigen. Und das braucht ja auch nicht bei mir sein. Es gibt ja genug andere Anbieterinnen. Es ist ja auch manchmal wichtig, dass es eben wirklich auch eine Frau ist, die halt mit mir zusammen in diese tiefen Themen reingeht, die für viele von uns mit Stimme verbunden sind. Weil es so ein heißes Thema ist, diese Verbindung zwischen der Innenwelt und der Außenwelt. Das ist bei vielen Menschen von uns verletzt worden, dieser freie Fluss, dieses freie Schwingen, dieses natürliche In-Balance-Sein zwischen dem Aufnehmen von Schwingungen von außen und dem Rausgeben von Schwingungen von innen nach außen. Ja.